moin leute grüßt euch hallo hier auf meinem kanal zur auslosung des giveaway gewinnspiels hier seht ihr schon das ganze es ist ein spezieller modus in dem wir das ganze hier aufnehmen es gibt eine spezielle los für die nur für diesen zweck extra per dienst chesna eingeflogen wurde hier und meine freundin wird die los für jetzt auch herein holen und dann schauen wir doch mal welche drei von euch hier das giveaway gewinnen die losfee nähert sich da kommt die losfee sie geht rein sie dreht sich wir wissen nicht genau was die losfee machen wird die losfee nimmt sich ein los nein sie erteilt sich um sie nimmt sich das erste los und das zweite los und das drin los wir haben drei gewinner leute ich werde sie gleich aus wir sehen uns gleich noch mal so leute jetzt geht es weiter und zwar habe ich das ganze mal aufgebaut hier sind die drei ausgelosten zettel dahinten sind die booster und zuerst geht es um das gladeon booster hier das gladeon booster geht an das erste los das erste los wird dieses und das ist der gute pika rick ja pika rick kannst du instagram anschreiben wir hatten sowieso gerade kontakt das heißt also schreibt mich an sagt mir mal wo ich es hinschicken soll dann geht das pack heute noch raus viel spaß du bekommst das gladeon pack das zweite ist das lausamine pack das mache ich ein bisschen willkürlich muss ich sagen was haben wir denn hier erfurt nico erfurt nico ist auch einer der neueren besucher hier auf dem kanal der neueren zuschauer weil ich das gesehen hatte er hatte da auch sehr mit enthousiasmus reingeschrieben in die ganze geschichte und ich freue mich dass er direkt gewonnen hat hier das lausamine pack und das drehte pack bekommt ich würde mal sagen nehmen wir das kabupack das kabupack bekommt der tors hamster tors hamster hier zeige ich nochmal ganz kurz tors hamster ja glückwunsch einer der ersten follower auf meinem kanal hier ich hoffe ihr hattet alle spaß drauf die auslösung auf instagram für das vierte pack kommt dann heute abend wir sehen uns bringen heute noch denke ich ein kleines opening raus und für eine minute guckt euch mal an für die little trainer box und wir sehen uns in den nächsten tagen haut rein ich hoffe ihr hattet alle spaß und noch mal glückwunsch an die gewinner haut rein ciao